Wie kann man das Guthaben an der Kryptobörse CoinWU auffüllen und damit Ultima kaufen? CoinMarketCap zufolge gehört CoinWU zu den 50 größten Kryptobörsen. Und ihr tägliches Handelsvolumen liegt bei einer Milliarde Dollar. In den letzten sechs Jahren hat diese Kryptobörse mehr als 7 Millionen Nutzer in vielen Ländern vereint und rangiert nun auf Platz 8 der größten Börsen der Welt. In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie sich an der Börse CoinWU registrieren, Ihr Guthaben auffüllen und Ultima kaufen können. Um mit der Arbeit zu beginnen, müssen Sie sich bei der Kryptobörse registrieren. Gehen Sie dazu zur Börse über und klicken Sie oben rechts auf den Button Register. Es gibt zwei Möglichkeiten, sich an der Börse zu registrieren. Mit dem Telefon oder über E-Mail. In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie sich per E-Mail anmelden können. Geben Sie also Ihre E-Mail-Adresse ein und legen Sie ein Passwort fest. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Send Code. Sie werden aufgefordert, eine einfache Aufgabe zu erfüllen, um sich zu verifizieren. Nach dem Verifizierungsvorgang finden Sie in Ihrem Postfach eine E-Mail mit dem Code. Kopieren Sie den Code und fügen Sie ihn in die entsprechende Zeile ein. Stimmen Sie den Bedingungen zu und klicken Sie auf die Schaltfläche Register. Jetzt müssen Sie Ihr Börsenguthaben auffüllen. Wählen Sie dazu im oberen Menü Wallet – Deposit. Wählen Sie auf der sich öffnenden Seite die Kryptowährung, mit der Sie das Guthaben auffüllen wollen, und das gewünschte Netzwerk. Wir zeigen das am Beispiel des USDT-Tokens des Netzwerkes TRC20. Es erscheint ein KR-Code zum Auffüllen sowie eine Adresse, die Sie kopieren können. Senden Sie die Kryptowährung an diese Adresse auf die Art und Weise, die Ihnen am einfachsten erscheint. Warten Sie das Ende der Transaktion ab. Sobald dies geschehen ist, sehen Sie, dass das Guthaben in Ihrer Wallet größer geworden ist. Jetzt können Sie Ihre erste Order aufgeben. Wählen Sie dazu im oberen Menü Trade – Spot. Gehen Sie zum Suchbereich, indem Sie auf das Symbol mit den drei horizontalen Linien klicken und geben Sie in die Suchleiste den Namen der Kryptowährung ein, die Sie kaufen wollen. Suchen Sie nun das Paar Ultima USDT aus. Klicken Sie auf das Paar in der Suchleiste. Es öffnet sich die Grafik des Paares. Sie können Ultima zum Marktpreis, das heißt zum aktuellen Kurs, kaufen oder eine Limitorder zu dem von Ihnen gewünschten Preis erteilen. Sie können auch eine Stop-Limitorder erteilen, mit der Sie gleichzeitig einen Stoppreis und einen Limitpreis festlegen können, um die Abwicklungskosten zu kontrollieren. Wählen Sie die gewünschte Orderart aus und geben Sie den Preis an, zu welchem Sie Ultima kaufen wollen – bei einer Limitorder – sowie die Menge der gewünschten Ultima Tokens. Klicken Sie dann auf Buy Ultima. Fertig. Sie haben Ultima an der CoinW Börse gekauft. Um die Tokens zu verwenden, müssen Sie sie auf Ihre Smart Wallet übertragen.